Das Pferd muss immer zu mahlen. Das Pferd muss immer zu machen. Kommen Sie bitte selbst, genau wie da, wie da und hier. Und werden wir mit dem Wasser voll machen. Sie haben dieses Wasser gerade gefüllt und nehmen wieder diese Feuchtigkeit mit. Das ist der Grund, warum wir dieses Wurmchen hier trinken. Wenn Sie möchten, kann man auch essen, aber trotzdem, falls es gibt welche hier, bitteschön, nicht schlecht. Wie gesagt, Sie brauchen die Weiche Hände frei. Wie man sagt, arriba, abajo, adentro, noch nicht. Sie wissen noch nicht, was kommt erst. Und das ist die Idee, was kommt erst. Alles zusammen mit Salz, Orange, Moment, Salz, Mescal, aber nicht schlucken. Bleibt im Wurm, damit Sie ein bisschen von Salz nehmen und mischen. Dann schlucken. So, arriba, abajo, adentro, Salz, Mescal. Und dann schlucken. Vielen Dank.